Spannende Musik Pause machen. Das steht schon mal fest. Nein, das muss er nicht hin. Zack, 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 zack. Das ist mal so ein Gebäude und ich denke, ich muss das noch ein bisschen verlängern. Zwei, drei. Weil sonst ist es mir zu klein. Obwohl, ich glaube vielleicht noch einen. Ja, einen noch. Oh, hallo Schwein. Oink, 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 oink. Hey, los, du hast den Kaktus lieb. Du hast den Kaktus lieb. Da ich doch. Ich wusste es immer, dass du den Kaktus lieb hast. Und da hat sich grad was selbst umgebracht. Was war es, wenn hier was gedacht wurde? Nichts. Hm, da kann ich auch nicht sagen, was es war. Ich hab nur rot grad gesehen. Oh, mein Gott, nein, ich hab nur rot gesagt, komm. Ich hab nur rot gesagt, was ich was gedacht hab, mal so ein Kaktus lieb. Ich habe mich auch nicht daran im Angriff. So, die Tür, denke ich mal, hier so eine Doppeltür hier rein. Glas muss ich auch noch. Neeeet. ...herstellen. Dann kommt hier so Wartedings rein. Hinten kann man sich dann seine Fahrkarten kaufen. Äh, einen größer. Obwohl, zack, oder man kann sich hier draußen seine Fahrkarten holen. Zack. Zack, zack. Äh, da wollte ich auch noch für Drossel nachher. Trotzdem brauche ich Fenster für... nach draußen. Gucken. Zack. Hier kommt eine ganze Wand hin einfach. Hm, das ist auch noch so ein Schellschell. Ist ja gut. So, zack, zack. Zack, zack. Äh, da wollte ich auch noch für Drossel nach draußen. Äh, da kommt da noch ein Fenster hin. Ja, ich lasse das bei diesem 2x2 Fenster. Äh, 2x1 Fenster. Weil sonst ist mir das... ...meistens eigentlich viel zu groß für... ...Minecraft Fenster. Möchte ich mir mal vorstellen. Ihr habt so ein 2m Fenster. Auf Multiplayer-Somen ist das noch okay, finde ich. Da baut das irgendwie jeder so, dann passt das. Aber auf meinem Singleplayer lasse ich das so. Zack, zack, zack. Zack, zack. Jetzt muss hier noch ein Dach drauf kommen. Aber jetzt habe ich keinen Sandstein mehr. Hm, hier kommt das mal Glas hin. Da. Holz habe ich sogar dabei, gut. Weil mit Holz mache ich mir jetzt noch ein paar Bänke. Bänke, denn hier können Treppenstufen. So. Kann man nicht nur drinnen warten, dann stelle ich nämlich... ...hier auch noch so hin. Ja, vor ein Fenster, das ist... ...schlecht gewählt von mir. Obwohl es geht. Dann hier drinnen kann man dann auch noch warten. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und einen Tisch sozusagen, hier in die Mitte. So. Hier kann man sich Fahrkarten holen, dann. Oh, Türen würde ich quäften. Drei Stück. Hm, hm, hm. Hm, hm. Das ist ja nur ein Wüsten... ...Wahnhof. Der braucht nicht so viel Krimskrams. Zack, zack. 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 Dann nehme ich hier durch. Dann kommen hier noch... ...hier irgendwo noch Bücherregale hin. Dann werde ich das, glaub ich, eher zumachen. Mal hier zumindest zumachen. Ja. ... 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 да. So 얘기 Polnir Mhudr ... ... "... ... ... poke Na klar, ... ... ... ... und dann sogar noch Stäbe, hmmm, Idiot. Ne, wir hier ein bisschen Land nämlich weg. Oh, so. Äh, hier unter ist irgendwo ne Höhle anscheinend. Ich hab nämlich grad ein Zombie gehört. Eh, hört ihr doch auf, oder nicht? Oder kommt das aus dem, aus der Musik bestimmt nicht. Das macht keinen Sinn. Zack, 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 zack. Ähm, also das müsste jetzt Part 28 glaub ich sein, also nur noch so 22 Part. Ich werde erstmal Pause machen und dann wird auch mein aktueller Stand auf jeden Fall hochgeladen. Erstmal zum Ende des Monats und dann wenn ich die Pause dann mache. Weil ich werde die nicht Offscreen weitermachen. Ich werde dann erstmal nur Multiplayers verwandt sein. Ja. Die meisten von euch, die mit mir spielen wollen oder so, die sind ja auch oft auf einen der beiden vertreten, also... Von daher... Nee, weil irgendwann... Ich brauche wieder Kreativität... Irgendwann ödet einen an, wenn man 150 Parts schon fast hintereinander gemacht hat, dann brauchen wir erstmal ne Pause. Außer das Spiel braucht über 150 Parts und man will es durchsetzt werden, aber Minecraft ist ja so ein endliches Ding. Und deswegen dachte ich, dann mache ich mal jetzt 150 Mal eine Pause. Aber keine Sorge, es kommen noch wieder neue Parts. Nach der Pause. Also nicht, dass ich Pause mache bis endlos. Irgendwann... Also, dass ich nicht mehr weitermachen werde. Kommt irgendwann dann noch... Jo, Welt mache ich ja wie gesagt noch weiter dann. Aber... Leute... Ihr schickt mir... Entweder... Ihr schickt mir ne fertige Welt... Oder... Äh... Jetzt schon ne fertige Welt... Oder... Ihr baut sich noch zu Ende und schickt sie mir dann... Aber nicht... Ähm... Schicken und dann sagen... Ähm... Ja... Toll, dass du die Let's Plays hast... Blablabla... Blubb... Und nach ein, zwei Wochen... Kommen die meisten nochmal an... Kannst du ne andere Welt let's playen? Nein, das werde ich nicht. Weil ich werde von jedem nur eine Welt annehmen. Weil sonst... Krieg ich von jeden... 5000 Welten und bin an nichts anderem mehr machen. Und... Wenn ihr die mir... Sagt... Ich hab jetzt noch was Neues aus der Welt gemacht... Ihr habt Pech gehabt... Macht die Welt vorher fertig bevor ihr die mir schickt... Und nicht... Ja, ich hab noch was Neues gemacht... Willst du die nochmal let's playen? Ähm... Leute... So schlau muss man doch im Kopf sein, dass man... Weiß, dass... Sowas total unnötig ist... Dass... Erst... Ja... Let's play mal bitte... Und dann nach zwei Wochen... Kannst du nochmal let's playen? Ich hab noch viel mehr gebaut wieder... Nee... Die Konsequenz muss hier... Damit ein bisschen leben, weil... Jeder will von... Jeder von euch will irgendwie... Fünf, sechs Welten let's play haben... So wie mir das vorkommt... Und dafür bleibt mir einfach keine Zeit, wenn ich... Von jedem meiner... Abonnenten oder von den Leuten, die mir geschickt haben... Zwei Welten let's playe... Oder drei oder vier... Was soll ich denn dann sonst noch machen? Dann kann ich nur noch New World machen... Ähm... Verdammt... Jetzt hab ich noch Holz... Sechsmal Holz... Reicht nicht, stimmt's? Ich brauch neunmal Holz oder sowas... Ah... So, passt... Das sollte man sich vorher überlegen... Mit der Welt schicken... Aber das hab ich glaub ich auch schon mal... Gesagt... Und ich sag's jedem irgendwie nochmal... Und ich sag's jedem irgendwie nochmal... Wieder... Also... So... Wenn müsst ihr wen anders fragen noch... Ob er eure Welt let's playt... Aber ich mach von jedem nur eine Welt... Weil... Von manchen hab ich schon bekommen... Äh... Anfragen bekommen... Kannst du mal Server zeigen? Kannst du meine anderen beiden Welten auch noch zeigen? Und... Und... Ja... Und dann hauptsächlich... Ich hab da noch was Neues auf meiner Welt gebaut... Willst du nochmal let's playen? Für ein, zwei neue Sachen zeig ich nicht nochmal die ganze Welt... Das ist... Unnötig... Aber sowas von unnötig... Deswegen... Mein... Manche schreiben manche mir auch... Ja, die kriegst du dann... Dauert aber noch etwas... Sowas find ich ja gut... Wenn die sagen... Ja, dauert zwar noch etwas... Aber... Die schicken mir noch ne Welt... Und ich... Kannst du nochmal let's playen? Höh... Ich hab auch nicht die von Head to Crap nochmal... Ähm... Gezeigt... Warum... Warum ist mein... Ich frag's lieber nicht... Obwohl er sie nochmal neu gemacht hat... Ich hab sie mir angeguckt... Und die Achterbahn ist noch ein bisschen besser geworden... Wenn sie nochmal hochlädt... Oder... Noch hochgeladen ist... Kann ich die euch ja nochmal zu... Bereitstellen... Wenn ihr euch die angucken wollt... Wer will... Soll mir schreiben... Dann mach ich das... Oder Head to Crap... Äh nein... Das wollte ich doch wegreißen... Das ist unnötig... Äh... Ja... Ähm... Und dann gibt's auch gleich ein Card... Äh... Fackeln fehlen... Zack... Aber hier drin fehlen auch noch welche... So... Von wegen... Zack... Und zack... Nein... Nicht da... Da... Und so hier in die Mitte... Und da... So... Wo ist mein... Mein Card gelandet? Das kann nicht weit gekommen sein, denke ich... Ähm... Das kann ich gleich... Ich beprüfe das jetzt ganz schnell... Wenn man die Uhr eine Stunde vorstellt... Dann ist... Läuft das Spiel auch schnell ab... Uu... 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 Da... Natürlich klickt man auch dann tausendmal... Aber... Man ist schneller etwas... Zack... So... Den Booster auch zurücksetzen... Zack... Ins Haus... Und schlafen... Und Tag... Das beruhigt sich auch nach einer Zeit wieder... Uu... Creeper... Oh... Ah... Ja... Tummeln sie sich von meinem Haus... Hä... Wo ist ja andere hin? What the hell? Stirb... Nicht explodieren... Stirb... Stirb... Nein! Verwirkter Creeper! Geh Kacken! Das Land hat's aber überlebt, komischerweise. Geh sterben! Geh! Sterben! Drecks! Vieh! Nein! Oh my godness! Was'n Scheiß! Ein paar Sandstones haben's zum Glück überlebt, aber nicht viele. Zack, zack, zack. Ah! Was'n Scheiß! Das muss hier weg. Eindeutig. Äh, gleichen Cut. Gleichen Cut. Gleichen Cut. Mh no. Naaah. 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 Äh, okay. Ähm, die drei platziere ich jetzt hier noch. Eins, zwei, drei. Hi, und bis zum nächsten Mal. Ich bin euer MK Indiana Jones.